Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die Buchstaben eines Wortes ordnen. Ich hoffe du magst es! Schuppig Appollen Drehung Stöbern Anruf Konisch Skelett Casino Sucha Trotzdem Nerf Konisch A.O.P. Brüllen Gerät Schimmel Schimmel Hebel Patrone Uranus Angebot Flötist Flötist Ali Mittwoch Prins Dänemark Täter Hotel Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!